Oh! 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 Grüß euch Gott! Servus! Zu einer neuen Skillmode Episode! Wir sind heute in Innsbruck unterwegs und heute probieren wir einen doppelten Rückwärtssalto mit einem Kinderspielzeug. Genau! Auf geht's! Die heutige Inspiration für das Skillmode Episode haben wir von uns einen Zuschauer geholt. Und zwar von dem Channel Fun Köters. Und der hat einmal geschrieben, wir sollen einen Dribble Backflip von so einer Wippenschaukel, Kinderwippen machen. Und er hat uns auch ein Video zugesendet, das blenden wir jetzt ein. Da hat er nämlich einen Salto gemacht, der ziemlich hoch war. Und wir haben uns gedacht, Dribble wird vielleicht schwierig, aber wir probieren einen doppelten Rückwärtssalto. Und das ist heute die Mission. Und jetzt würde ich sagen, wir checken einmal die Wippen aus. Es ist ja so ähnlich wie die Teederboards, was es so gibt, was man immer im Zirkus findet oder so. Das ist ja auch so eine Katapult. Und mit denen schießen sie sich immer richtig hoch. Jetzt bin ich gespannt, ob das da auch so geht. Ich glaube, dass das Timing ein bisschen schwieriger ist als mit einem Teederboard und ein bisschen unberechenbar. Aber ich meine, schaut sich das mal an. Wie sind wir da? Ja. Rein da. Einfach rein da. Noch einmal. Das funktioniert ja krank gut, oder? Noch einmal. Okay, aber ich mache sie gut. Ist das okay? Ja. Ich weiß es nicht. Es fühlt sich auf jeden Fall strange an, weil jeder Sprung ist so Wachs-Timing-Geschichte. Und jeder Sprung ist so verschieden. Ja, das ist echt ein bisschen eine Challenge. Weil es ist wirklich eine reine Timing-Sache. Wenn man gutes Timing erwischt, dann geht es relativ hoch. Und wenn man schlechtes Timing erwischt, dann geht es überhaupt nicht. Aber ich würde sagen, wir hauen jetzt einmal in einen Flip rein. Oder ein Backflip geht sich immer aus. Ja, sowieso. Okay, bevor wir uns jetzt in die Challenge reinhauen, werden wir uns natürlich ein bisschen aufbauen im Spielplatz. Weil da sind ein paar ganz coole Gegebenheiten, wo man schon was machen kann. Rein in den Action-Edit. Ja, Mann. Ich wollte eigentlich gleich mit anderen Stellen in die Dive-Froll. Ja, das habe ich mir jetzt gerade gedacht. So entstehen Ideen im Parcours und Freerunning, weil der Stefan hat gleich gesagt, hier noch Dive-Froll dazu wäre schon krank. Und das wäre eine kranke Idee, aber komplett irre. Oder auch immer. Ja, das ist toll. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Wir haben da ein bisschen das Verzugsproblem. Der zählt, der muss zählen. Okay, weiter gehts. Das war jetzt mal mein erster Backflip. Das hat so semi gut funktioniert. Für den Tafel müssen wir da echt noch ein bisschen einen Haken rausholen. Mal schauen, was sich da regeln lässt. Das ist ganz ein bisschen eine Zufahrsgeschichte. Wenn du Tafel machen würdest, dann möchtest du natürlich schon wissen, dass du jetzt gleich voll nach oben schießt. Und dann geht sich der ganze Spaß nie aus. Wenn wir bei dem Video von Frank Reuters gesehen haben, hat sich die erwachsene Person so aufgestützt und dann auf den Arsch fallen lassen. Und vielleicht bringt das nachher mehr Schwung mit sich. Und das probiere ich jetzt mal. Ich spreche den Philipp mal rein. Jetzt schaut sich mal rüber, wie so ein Steff die Bandschei im Wasser hat. Geh, Schu! Ich kann es nicht sagen. Zieh mal auf den Arsch auf. Möchtest du mal? Ja, okay. Jetzt nochmal mit Backflip. Ja. So, ich werde jetzt auch nochmal den Backflip reinhauen. Der Stefan haut sich mit dem Arsch von oben an. Und ich schau jetzt auch nochmal, wie es mir da geht. Und dann vielleicht machen wir zuerst noch ein paar andere Tricks, so Back-Full und Front-Flip und so. Aber Double ist schon ein bisschen Commitment. Also, schauen wir mal, wie der jetzt geht. Oh, ey, der Voderschuss. Schlimm war es noch nie. Komplett für einen Arsch. Erzähl, es ist fast oder nie. Nein, ich spiele es nicht, ey. Nein, Bullshit. Nein, das fühlt sich so schlimm an. Also, wie man gerade gesehen hat, ist das hübsch unberechenbar. Ich wäre fast bei einem Backflip gerade angenommen. Von dem her, das ist so ein bisschen ein Zufallsprinzip. Und da, auch da schaut es mich schon aus. Ich bin gespannt, ob den da noch reißt. Was jetzt das Schlimme dabei ist? Ja. Wir müssen uns einfach überwinden. Da nutzt es einfach nichts. Also, du musst dich dann einfach reinhauen. Wenn da was schiefläuft, dann klackst du so an. Also, wo ich rausgekommen bin vom Salto, da hätte ich mir denken können, eine Double geht, oder? Ja. Aber beim Absprung nie. Nein, nie. Also, es ist immer so ein Mix. Also, ich kann eine Sache schon mal sofort sagen. Ich finde das cool, dass du uns einem Dribble zutraust. Aber Double ist, glaube ich, das höchste der Gefühle. Weil Dribble, das ist ganz schlimm nochmal. Weil es ist easy, mal einen höheren Backflip auszuhauen oder so. Aber für Double braucht es schon ein bisschen Timing und ein bisschen Speed und so. Ja, mit einem Double, glaube ich, kann man schon zufrieden sein. Okay, ich probiere jetzt einen Backflip. Das heißt, ein ganzer Rückgrötsalto mit einer ganzer Schraube. Ja, jetzt hat das Timing nicht zusammengefasst. Und jetzt habe ich einfach anbrechen müssen ins Salto in der Luft. Und bin aufs Kreuz geflogen. Okay, nach deinen guten Backflips, die ich jetzt gerade zu unten habe, probiere jetzt mal einen Frontflip. Oder vielleicht sogar vorher mal einen Sideflip. Ja! Ja, okay. Hat schon mal funktioniert, aber das ist so richtig unsatisfying. Ich glaube, das sieht man in der Sloma, was wir vorher gemacht haben ganz gut, wenn das Timing nicht stimmt, wie es dir die Knie zampresst einfach. Das ist so richtig ungeil. Richtig das schlimmste Gefühl ever für Flips. Ich spüre es immer in Breizei da. Wenn du nachher so zurückgehst und dich vorbereitest. Weil irgendwie springt man nicht wirklich weg. Man lässt sich eher bouncen als wegspringen. Und wenn man dann das Timing verpasst und schon im Rückwärtsall durch. Und nachher kommt erst der Push. Dann schiebst du die Bandschuhe komplett ins Hirnkasten. Ich wollte jetzt an Steff sagen, er sollte jetzt Frontflip machen. Weil ich einen Sideflip gemacht habe. Und jetzt hat er gemeint, das kann ich nicht gehen. Und ich sollte ihn einfach machen. Du stehst gerade so gut. Aber der war behindert. Okay, Steff hat sich gedacht, er schaut sich das jetzt auch mal an, weil das bei mir so geil war. Der war gut. Der war voll gut, aber richtig schief wäre jeder Frontflip vom Steff. Alter, voll scary gerade über Kopf gehören. Noch einmal? Echt? Ja. Jetzt soll es aber wissen. Ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen. Wir fühlen es noch nicht wirklich. Aber es nutzt einfach nichts. Wir wollen uns jetzt in den Double Backflip reinhauen. Jawohl. Und jetzt probieren wir noch ein, zwei Mal und testen jetzt so, oder? Und dann hoffentlich fliegen wollen. Jawohl. Wir wollen ja unser Skillset erweitern. Und, ja. Wie finden wir es aus, ob es geht oder nicht? Indem wir es senden. Aufs Gesicht, aufs Gesicht, aufs Gesicht. Okay, Steff haut sich da jetzt rein. Ich wünsche ihm schon mal alles Gute. Und hoffe, er knackt nicht an. Danke, Chef. Es hat mich frei mit dir. Fix. Alles Gute. Hau dich rein. Das kriegt er nachher sowieso alles in der nächsten Sender-Safe-Ausgabe zurück. Deswegen passt das schon. Wuh. Jetzt freust du wieder auf die nächste Send oder Safe. Nein. Der war gongen. Scheiße. Ah. Ich lässt schießen. Ja, nein. Ja, nein. Ja. Ja. Das war er. Ja, das ist gut. So. Eins. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Die haben so Angst gehabt. Ein davon da. Geht der nur mehr? Der geht nur mehr. Also wenn man sieht, das kostet extrem viel Überwindung, und der war jetzt auch nicht perfekt. Und bei der Wippen Domex nicht am Kopf landen, weil das ist so ein grausiger Widerstand. Ich glaube das würde dir nicht gut ausgehen. Aber Stefan hat gesagt, er zündet ihn noch einmal rein und wir sind gespannt. Der ist echt nicht ohne. Jetzt habe ich glaube ich so zwölfmal gemacht. Ja. Also prepped mit zwölf, fünfzehn Mal sowas. Zweimal habe ich es unten. Und ich muss sagen, jeder Versuch ist einfach ein anderes Gefühl. Entweder das Bounce ein bisschen höher, ein bisschen weniger. Manchmal hast du mehr Salterotation, manchmal weniger. Es ist wirklich komplett unterschiedlich. Und du musst eigentlich in der Luft entscheiden, ob es das jetzt geht oder nicht. Und ja, wirklich nicht ohne. Wirklich schwer. Aber ich glaube, dass ich dann auch stehen kann. Und ich mache nur einmal. Für die Baku-Ojis in der Community. Ja, ich glaube ich nehme mich somit schon einmal aus der Challenge aus. Weil ob es mir jetzt klappt oder nicht. Ich bin jetzt relativ müde. Nachdem ich den Steff da dreißig Mal oder sowas, um die dreißig Mal, da reingehaut. Ich habe mir dann die Handgelenker weh von der Stütze da. Und der Arsch tut auch schon ein bisschen weh. Und man sieht, wie knapp das bei ihm ist. Und ich darf mich jetzt nicht über dem Ere einplatzieren. Okay, schade. Ich habe es jetzt noch ein paar Mal probiert. Aber es ist leider nicht gegangen. Vier Mal glaube ich insgesamt. Dreimal aufs Gesicht oder halt auf dem Bauch. Und einmal gestanden würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich bin auf die Füße gekommen. Und ja, das Thema Double Back Flip wäre somit halbwegs abgekackelt. Jawohl. Aber Tribble never. Never. Also ich glaube man hat gesehen, wie knapp das manchmal bei die Doubles hergegangen ist. Und das hat auch einen Grund. Aber Tribble, nein. Oder wenn ich von ganz oben im Arsch eine hupf, was wir jetzt probieren, oder? Ja passt. Einmal kurz aufbauen. Dann geht der Tribble trotzdem. Ja, dann geht er trotzdem mit. Ja, weil wir bouncen jetzt einfach so hoch ist. Ja mal. Ja, hast du. Tschüss. Okay. Das hat der krassigste Send für meine Bonscheim ever. Let's go. 3, 2, 1 send it. Geht? 3, 2, 1 send it. 3, 2, 1. Schwimmen. Ist das geil. Geht es schwer? Ja, fein ist es nicht. Ja, lass mir mal. Ist auch nicht so fein. Der Sendabel. Der Sendabel, das haben wir schon gelassen. Ja, der geht locker, glaub. Okay, wir machen jetzt noch einmal ein paar Preps für einen Double Backflip. Und zwar mit der neuen Technik, die Philipp gerade gemacht hat. Von oben anspringen und auf den Arsch landen lassen. Somit sollen wir ein bisschen hoch haben, aber auch nicht viel. Und ja, schauen wir mal. Und wenn ich mich gut fühle, dann schaue ich doch. Wie sieht das? Ja, ha, 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 ha. Wie schön. Ich glaube, den müssen wir jetzt noch einmal in ein feiner Slow-Mo reinzünden. Voll geil. Stefan hat ihn gerade geschafft. Bei der Kamera, die auf dem Stativ gestanden ist, ist gerade der Akku ausgegangen, den er gemacht hat. Aber wir haben Gott sei Dank noch einen GoPro-Angle, weil sonst müssen wir das jetzt nur einmal machen. Auf dem Lommel ist kein Problem. Das ist hoch. Das ist hoch. Auf dem Arsch. Ich speck dich auch ein, drehe mich sofort um und probiere nachher noch einen Backflip hinzukriegen. Von der Landung von dir. Ah, okay, ja passt. Skillmode! Skillmode, ich lasse mir das jetzt mal. Ich will ihn auch räumen. Ist richtig stressig. Aber ich glaube, das zündet mir jetzt auch. Ja, fix, oder? Das ist eine geile Challenge. Richtig stressig. Ja! Tschüssi! Ja gut, das war's mit der Skillmode Episode. Es war wieder einmal ein richtig geiler Tag in Innsbruck auf dem Spielplatz. Danke an den Zuschauern, der was das reingeschrieben hat. Und ja, wie ihr seht, schreibt ein paar Ideen rein. Wir schauen uns jedes einzelne Kommentar an und überlegen, okay, ist das möglich oder nicht. Aber wir lesen alles. Schreibt was rein. Wir lassen uns gerne inspirieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, nachher lasst ein Like da, kommentiert unter dem Video, abonniert unseren Kanal. Und was müssen wir noch tun? Küchenglocken aktivieren. Genau, damit ihr nichts mehr verpasst von unserem zukünftigen Content. Genau! Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche und haut rein! Servus! Ich bin ein krass Weg, ey, du! Jooooo! Ah! 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 Sollen? Wie auch. Untertitelung des ZDF, 2020